Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Titel Verkaufen 50 Plus. Und hier bei mir im Studio ist Helmut Mutters. Helmut, du bist Buchautor, da gibt es ein Buch von dir, das heißt 30 Minuten Marketing 50 Plus. Und da geht es schlicht und einfach darum, wie Unternehmen diese Zielgruppe besser und intelligenter ansprechen. Du bist Experte für Unternehmenserfolg bei 50 Plus und ich darf so viel sagen, heute sitzen zwei Experten am Tisch, aber dazu später mehr. Du bist Vortragsredner, manche von dich kennen vielleicht auch deinen Vortrag bei Gedankentanken zu genau diesem Thema, den ich übrigens auch gesehen habe. Herzlich willkommen hier im Studio, Helmut Mutters. Hallo Stefan. Helmut, lass uns als erstes mal einsteigen. Wie gesagt, wir sind ja beide heute Experten, weil die 50, die haben wir beide schon auf der Uhr. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere daran, wie man mit Kunden 50 Plus umgehen sollte? Warum müssen wir da überhaupt speziell und separat drüber reden? Na ja, zunächst einmal die heutigen Menschen 50 Plus, wobei ein Schub 50 Plus eine statistische Größe ist. Bei mir hat sich nichts geändert, als ich 50 geworden bin. Aber die heutigen Menschen 50 Plus kaufen einfach anders, als sie früher gekauft haben. Und sie kaufen vor allen Dingen anders als junge Menschen. Darüber werden wir sicher noch reden an dieser Stelle. Da hat sich eine ganze Menge geändert. Denn wenn sich heute der 50, der 60-Jährige 10 Jahre, 15 Jahre jünger fühlt, als er in Wirklichkeit ist, dann wird schon deutlich, dass wir ihn beispielsweise nicht als 60-Jährigen, sondern vielleicht als Mit-40er ansprechen müssen, um ihn überhaupt auf seiner Wellenlänge zu erreichen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben sowas wie eine Revolution der Altersstrukturen in den letzten Jahrzehnten erlebt. Früher haben die Leute mit 65 nach Schaukelstühlen geschaut. Heute schauen sie nach einem flotten Porsche, wenn sie dieses Alter, das Pensionsalter erreicht haben. Und wenn man nach dem Geld schaut, dann ist sicherlich auch eins klar, dass junge Leute, junge Familien eher nicht unbedingt so viel freies, verfügbares Kapital haben und daher auch als Kunden vielleicht nicht ganz so interessant sind. Man spricht ja immer davon, dass in dieser Zielgruppe 50 Plus, dass da einfach die Kohle ist und dass da die Entscheidungen getroffen werden. Kann man das auf den privaten Bereich nur ausdehnen, diese Idee, oder gilt es auch für den B2B-Vertrieb? Naja, generell gilt es zunächst mal für den Gesamtvertrieb. Denn wie du schon sagst, wenn wir uns vorstellen, dass die heute über 50-Jährigen das reichste und die einzige Kundengruppe sind, die überhaupt noch wächst, dann wird schon deutlich, dass es Sinn macht, sich darum zu kümmern. Hinzu kommt, dass zwischen 50 und 70 den Menschen in diesem Lande Finanzmittel zufließen, wie wir es uns, glaube ich, bis heute kaum vorstellen können. Deshalb ist es auch durchaus schon verwunderlich, mit welcher Arroganz oder auch Ignoranz Unternehmen entweder überhaupt nicht an dieses Thema oder nur Verhalten an das Thema rangehen. Also vom Grundsatz her oder zusammenfassend kann man sicher sagen, dass die Menschen über 50 oder die älteren Generationen das Überleben der Unternehmen in den meisten unserer Branchen heute bestimmen, mit ihrem Kaufverhalten, mit ihren Kaufgewohnheiten, mit ihrem Finanzverhalten. Okay. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Freizeiterlebnis. Also ich sage jetzt mal, du hast es angesprochen, jetzt bin ich endlich so weit, jetzt kaufe ich mir meinen Porsche oder jetzt kaufe ich mir mein Wohnmobil oder jetzt kaufe ich mir die Ferienwohnung irgendwo im Allgäu, sondern das bezieht sich ja auch auf den Alltag. Also wo kaufe ich meine Klamotten ein, wo kaufe ich meine Lebensmittel ein und sicherlich auch, wo kaufe ich meine Beratung ein oder wo kaufe ich Dienstleistungen ein. Kann man da wirklich sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den 50 plus und den Leuten, die etwas jünger sind? Und ich meine jetzt nicht nur online versus nicht online, sondern gibt es deutlich andere Kriterien, die einen älteren Menschen, auch wenn das jetzt vielleicht die Zielgruppe nicht hören will, und ich bin ja auch über 50, aber ich bin ja alles andere als alt, also die Älteren sich wirklich vielleicht an anderen Kriterien orientieren. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de und die 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Vielen Dank.